fünf wichtige änderungen für rentner im märz 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren es stehen wieder wichtige änderungen im märz 2024 an die für rentnerinnen und rentner natürlich aber auch für arbeitnehmer wichtig sein können und ich habe selbstverständlich nur fünf erst mal rausgesucht es ich hätte auch viel mehr noch reinschreiben können oder mit anbringen können in diesem video aber ich denke diese fünf die ich ihnen jetzt hier zeigen werde sind aus unserer sicht die fünf wichtigsten änderungen für rentnerinnen und rentner im jahr 20 im märz 2024 ohne lange vorrede jetzt geht's los und zwar die erste wichtige änderung und hier meine kleine folie und zwar wird sich der zahlbetrag als erste wichtige änderung der zahlbetrag der monatsrente im märz 2024 leider verringern der grund der der grund darin liegt dass der krankenversicherung zusatzbeitrag sich für rentner ab märz 2024 aufgrund einer gesetzlichen vorschrift paragraf 247 sgb 5 erhöht hat und dort sozusagen erstmals die fälligkeit dieses neuen abzugs von der bruttorente sich in der netto rente dann auswirkt im zahlbetrag das werden sie dann auch sehen wenn sie ihre rente gezahlt bekommen am 28 dritten 2024 den grünen donnerstag dann werden sie im vergleich zur rentenzahlung im monat februar hier eine verringerung haben das betrifft natürlich nur die rentnerinnen und rentner die in der gesetzlichen krankenversicherung entweder als mitglied in der kvdr in der krankenversicherung der rentner versichert sind oder aber freiwillig versichert sind jetzt kommen wir zur zweiten änderung und zwar ist dass die der der zahltag der gesetzlichen rente im märz 2024 ein wichtiger tag ganz klar die gesetzliche grundregelung sagt ja nach paragraf 118 sgb 6 dass die renten grundsätzlich immer am letzten tag des monats zur zahlung fällig werden und der letzte tag des monats im märz 2024 ist wie wir wissen der ostersonntag das heißt also der ostersonntag ist ein gesetzlicher feiertag und sonntag ist sowieso kein bankarbeitstag dass also dieser tag grundsätzlich als bankarbeitstag also als überweisungstag für die rente für sie gar nicht in betracht kommt gehen wir den nächsten tag zurück den 30. dritten das ist ein samstag auch da ist es so samstage sind im grundsatz keine bankarbeitstage das heißt also ihre rentengeld wird auch am samstag nicht überwiesen normalerweise könnte man jetzt sagen prima der 29. dritte 2024 ist praktisch der freitag wäre an sich der letzte bankarbeitstag wenn dort nicht dummerweise aber der karfreitag wäre denn an diesem tag am 29. dritten ist der karfreitag das heißt also karfreitag ist ein gesetzlicher feiertag da geht gar nichts in deutschland ist ein bundeseinheitlicher feiertag da gibt da haben auch keine banken offen sie können zwar mit ihrer ec karte oder mit ihrer kreditkarte geld holen vom automaten aber es wird ihnen die rentenkohle an diesem tag nicht überwiesen also gehen wir noch einen tag zurück nämlich auf den donnerstag den 28. dritten und das meine damen und herren ist der sogenannte gründonnerstag ja das sind der gründonnerstag ist für viele arbeitnehmer sozusagen schon so eine art brückentag wo die dann sagen ich gehe am mittwoch dem 27 schon in quasi in den osterurlaub über den gründonnerstag dann sozusagen bis zum zweiten vierten ein verlängertes langes osterwochenende aber der gründonnerstag ist kein gesetzlicher feiertag er ist der letzte bankarbeitstag das heißt also alle diejenigen rentnerinnen und rentner die im märz ihre rente bezahlt bekommen werden am 28. dritten am gründonnerstag das rentengeld gezahlt bekommen und zwar entweder nachschüssig für den laufenden monat märz oder vorschüssig für den laufenden monat april das heißt also die april rentner ich sag das jetzt mal so die werden sich besonders freuen die werden nämlich ihr geld schon am 28 dritten 2024 am gründonnerstag gezahlt bekommen so das war sozusagen die zweite wichtige änderung jetzt kommen wir zur dritten wichtigen änderung und das ist die bekanntgabe im märz 2024 der hoffentlich deutlich höheren rentenwerte für die rentenanpassung rentenerhöhung 2024 die ja dann zum ersten siebten 2024 wirken soll hubertus heil hat am 17 2 2024 bekannt gegeben dass es eine kräftige rentenerhöhung geben soll aber er hat natürlich noch nicht gesagt wie hoch das ganze ding geht ich hoffe wirklich für alle rentnerinnen und rentner in deutschland dass sie eine richtig fette rentenerhöhung bekommen denn sie haben seit zwei jahren de facto durch die galoppierende inflation von den rentenerhöhungen de facto rechnerisch mathematisch eigentlich nichts gehabt aber warten wir ab wildes spekulieren bis ende märz darf ja noch mal sein so und jetzt geht es in die nächste änderung die vierte wichtige änderung und zwar haben wir wieder geburtsjahrgänge die tatsächlich erstmals zum ersten dritten 2024 eine altersrente bekommen können und da starten wir einfach mit der regel altersrente die kennen sie das ist die wo sie fünf jahre beitragszeiten brauchen und da können die geburtsjahrgänge vom 2.2 1958 bis einschließlich ersten dritten 1958 erstmals diese altersrente bekommen und zwar mit vollendung des 66 lebensjahres ohne abschlag ich brauche fünf jahre beitragszeiten dann die zweite altersrente die altersrente für langjährig versicherte das ist die wo sie das erste mal mit 63 jahren in rente gehen können so auch hier ab ersten dritten 24 können die geburtsjahrgänge vom 2.2 61 bis zum ersten dritten 1961 erstmals in diese rente gehen dann aber mit 12,6 prozent abschlag und 35 warte zeit bitte nicht vergessen müssen bei rentenbeginn vorliegen dann meine lieblings altersrente die altersrente für besonders langjährig versicherte da können die versicherten oder die diejenigen die die in anspruch nehmen wollen erstmals mit den geburtsjahrgängen vom 2.12 1959 bis zum 31 12 1959 in diese altersrente gehen sie brauchen 45 jahre wartezeit und selbstverständlich müssen sie einen rentenantrag stellen das besondere bei dieser altersrente ist dass die geburtsjahrgänge 1959 noch mit 64 jahren und zwei kalendermonaten in diese rente gehen können und die geburtsjahrgänge ab dem 1.1.1960 mit 64 jahren und vier kalendermonate so dass der erstmalige rentenbeginn für den geburtsjahrgang 1.1.1960 tatsächlich der erste fünfte 2024 ist und nicht der erste vierte 2024 das ist bitte kein aprilscherz wir haben hier sozusagen eine verdoppelung der kalendermonate hinten von geburtsjahrgang also von 64 jahren und zwei kalendermonate auf 64 jahre und vier kalendermonate last but not least die altersrente für schwerbehinderte menschen dort können zum ersten dritten 24 erstmals die geburtsjahrgänge vom zweiten juni 1962 bis zum ersten siebten einschließlich ersten siebten unserer 62 rente gehen was brauchen die 35 jahre wartezeit so ähnlich wie die oder praktisch die gleiche wartezeit wie bei der altersrente für langjährig versicherte und noch einen grad der behinderung von mindestens 50 gdb 50 bedeutet schwerbehinderung wer keinen 50er hat ist nicht schwerbehindert und als allerletztes meine damen und herren können können als allerletzte änderung die fünfte änderung und das ist wirklich besonders ärgerlich kann ich also auch nur von meiner seite her bestätigen die mehrwertsteuer auf energie steigt ab märz 20 24 von 7 prozent auf 19 prozent strom und energie wird ab märz 24 wieder deutlich teurer damit sind die übergangsfristen von der absenkung aus dem jahr 2022 weg und wir müssen wieder auf strom und energie 19 prozent mehrwertsteuer zahlen ja meine damen und herren und das soll es sozusagen mal von der von den änderungen gewesen sein bitte bedenken sie aber auch am 31 märz 20 und 24 da ist es völlig egal ob das ein sonn oder feiertag ist wird die sommerzeit wieder eingeführt das heißt also die uhr wird in der nacht vom vom 31 oder vom also in der nacht vom 31 2024 von 2 uhr auf drei uhr vorgestellt das heißt also uns fehlt leider eine stunde ja tag wird sozusagen ein bisschen kürzer das soll es gewesen sein von den fünf wichtigen änderungen im märz 20 24 ich hoffe sie konnten sich einen kleinen überblick machen alles andere schriftlich dann auf rentenbescheid 24.de dort im aktuelles nachzulesen ich werde diesen beitrag von rentenbescheid 24.de natürlich in der video beschreibung für dieses video dann auch noch entsprechend verlinken näheres zu diesem thema auf rentenbescheid 24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knappe peter knappe